so da sind wir auch direkt wieder jetzt kommen die ganzen city maps wieder schon verrückt früher habe ich sie immer übersprungen und jetzt spiele ich sie zweimal freiwillig durch das wird doch ein blutiges ende ein blutiges ende na komm danke und geht 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 wir sind jetzt im neuen californiens und er hat doch getroffen ich habe so schön ich kann so wunderschön ausweichen aber nein leider nicht ey für die die es noch nicht wussten wir spielen mit dem 1 86er ich habe zuerst gewusst ich habe zuerst ein paar mal was wo von da und wo ne von da wow 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 dankeschön ja so schön hell aus dafür kann man hoch springen wir haben uns mal aufräumen hier ich sollte mal was trinken habt ihr gerade keinen kaffee zu stehen das ist tragisch ist sehr tragisch dadurch wird sehr viel in den afrika sterben okey dokey aha hier sind wir wieder am anfang wo sind wir denn hier dankeschön war ich hier schon mal mir so unbekannt vor alles ach doch hier sind wir am anfang genau ich wollte gerade sagen ich bin doch nicht blöd ich meine doch bin ich aber nicht so blöd okey dokey die packern da ich sehe noch was aha waa ja hier gibt es Monster waa äh sonst gibt es aber nichts oder na wow so jetzt haben sie sie aber naa sie hat sie doch fast refinanziert oh der junge hat studiert dankeschön mit bleib auf goddamit goddamit sooo okay äh da war niemand hier waren einige dankeschön danke danke so ich brauche eigentlich bloß auch einmal zu einmal zu dienen okay dann kann ich leben so danke ach so war das schlau ich weiß nicht ich hoffe es aber ich weiß es nicht nein das war nicht ich glaube nein was denn hier ist das was bullshit wo rennt ihr alle hin sagt mal wow wow ach du kacke ich hab dich mal all zu viel leben fügt mir gerade auf hier war es genau da komme ich später noch hin dankeschön scheiße jetzt zu sprechen weil die dünnste idee ich habe noch 7 prozent leben was die mich hier noch sehen das verschießt die ja ich bin so gut wie tot ich habe nur 2 prozent leben ok ich brauche erstmal leben also herzen die zügel haben ich bin eigentlich bei den blümchen quatsch blümchen also die sängerin blümchen kennt doch jemand oder wird sie schon als gedankengut technisch verstorben dankeschön 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 aber wo wir setzen erstmals befreie ich den typen nach die frage sowie nachher weil ich so eine ganz große scheiße ok das muss ich wann 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 das war wieder sowas von klar ganz ehrlich ach ich gehe denn das nicht hier hoch auch nicht ich kann drauf aber kann ich nicht springen oder weil da habe ich gerade die tasse nicht betroffen aber ich kann alles könnte die tasse nicht betroffen was war das jetzt gerade ich werde gleich gläubig das gibt es doch gar nicht wer denkt sich solche sachen aus springen kann ich aber wieso kann ich denn nicht springen wenn ich springen kann wieso kann ich denn nicht springen möchte ich krieg ne macke ich will nicht mehr sorry typ du musst doch um versaubern leck mich doch alle du bist an allem schuld danke danke war da nicht noch einer nö ok ich bin normal danke die habe ich nachgefüllt die habe ich danach geladen weise die brauche ich noch nicht ah fuck off ich habe doch welche aha kein tipp falls du dachtest ich sehe dich nicht das geht jetzt einfach ich sehe jeden oh war gut gebrauch auch nicht schon wieder so ein gehopse wo sich hier raufs auch ich habe doch eine meine 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 bana bana bum ja das waren die ich weiß ja nicht welche aber es war ein lief eigentlich von mir geschrieben ist aber 1985 äh ich bin mal da drüber ach ja es gibt eine karte äh komm komm und jetzt zack bum äh nein warte da ist schon wieder viel zu weit war alles umsonst das würde mir ähnlich sehen so ich habe jetzt die geile der karte wo geht das weiter da geht es ich glaube weiter ich liebe Bomben mitzeit die macht nur den Bump alter eine gedäme kannst du dich nicht behalten du brauchst hier keiner ist doch kein putzlappen ist doch kein putzlappen hallo so da hinten sind welche die kann ich von hier aus sehr gut wichssnipern was ist dem los hallo kommt mal zurück wir sind hier noch nie fertig ach Leute ich muss echt schießen lernen glaubt mir doch keiner dass ich hier oft schwer spiele ich meine das mache ich zwar auch in wirklichkeit aber pssst das darf keiner wissen hallo 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 habe ich die doppelsprung ne also hier was gar so mit irgendeinem mod hatte ich das witzige phänomen dass wenn ich sehr schnell immer ganz kurz auf die taste gedrückt habe nach vorne gehen oder nach links gehen was er denn so selten sprung gemacht hat das war äußerst nervig ich weiß aber nicht mehr welche man das war da kommen aha hier habe ich drauf die gelbe Tür das ist schon mal geil aber schlecht ich brauche keiner so hier war ein relativ starkes monster dran das weiß ich noch ich weiß aber nicht was das war im flüchten Fall waren Arzweil wenn man zu Hause spricht da habe ich mir gerade mehr geschadet als er mir geschadet hat hätte Fahrradkette so dankeschön gibt es hier noch ein helft ja achso das ist voll also jetzt nicht vom alkoholpegel her wow da komm mal du kleiner Mariana wo bist du denn hallo da kommst du Papi hast du noch einer einer ist gut hier ist doch noch 50 komm mal her ach scheiße alter komm äh da äh 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 vielleicht gibt es die Chapman nicht doch gibt es noch was dankeschön muss reichen mehr gibt es wenn wieder ach hier noch was die Mittel verfügbar sind die blinken ja kann das gesund sein? ich weiß nicht so was kommen wir da um für eine Waffe ich nehme mal hier äh hier und zwar nur Alpac weil doppelt ist immer der Saft dankeschön 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 äh Hieronimo yay da komm auf da sonst sterbe ich noch an säureintoleranz ist nicht so gut für den Geist so wir haben jetzt die gelbe Karte und wir haben die blaue Karte das ist blöd dass man sich das mal selber merken muss weil die Anzeige unten nicht funktioniert ich habe auch schon geguckt ob es mittlerweile vom HXRTC hat 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 hatte hatte ein Update gibt es gibt es aber leider noch nicht zumindest kennst was für mich auffindbar ist ah schau mal an passt doch äh von daher boah muss ich damit leben dass ich mich immer anzeigen muss beziehungsweise ich weiß gar nicht ob es einen Befehl dafür gibt äh nein nicht key äh key nein ähm list 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 mapsextor nein ähm show gibt es auch nicht show pop Digga hier wird hier wird gezeigt wie man poppen geht ist das ein nice ähm äh 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 auch nichts na gut wie gesagt muss ich mir also merken finde ich ein bisschen schade aber gut dafür ist wie es hat halt nach wie vor das beste überhaupt weil man hat hier halt sofort wirklich sofort alles auf einen blick das ist echt geil vor allem die diese diese klinische struktur ich mag es so hier muss jetzt sind genau ähm spalten wir mal kurz hier gab es ja auch bei doom vor doom auch wieder eine starke Waffe oh achso haben wir ja schon mit was machen wir die Revenants gibt mir eure scheiß waffen habe ich jetzt bekommen habe ich nicht die gewisse kriege ich ihre waffen ich wollte mich doch alle veräppeln verpackt eier von homo sapien sapien gut okay dann bleibe ich doch bei denen hier da kommt kommt bei denen hier hat es noch so wenig leben da habe ich gar nicht ich habe 73 und ich verarschen gut ist die tür noch offen ja dann mache ich mit schmuck und rennen voraus ich krieg mich sowieso nicht da scheiße der blick hat mich jetzt gerade ganz schön gewünscht als 22 leben hat vom park auf den nämlich halt ich danke okidoki erst mal alle nach draußen holen So, und jetzt gibt's Krieg. Wow, 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 wow. Fuck. Alter, wie soll ich das denn machen? Okay, ich muss erstmal eine Methode finden, die Revenant loszuwerden. Ja, komm, ganz ehrlich. So, das war gut. Okay, fahren wir. Dann kommen wir jetzt hierhin. Jetzt nehmen wir dich. Und dann sitzt er fix. Wow, wow, wow. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Hey, das war gut. Boah, das ging besser. Das war schon fast tolle Betriebe. Wow. Äh, gut, nehmen wir wieder dich. Habe ich mich gerade hier echt selber verletzt? Vielleicht gibt's sogar... War ja klar, wenn diese Feuerdinger mit dem Scheiß-Hoffen rumspielen, dann passiert nie was. Aber wenn ich damit mal rumspiele... Bitte immer gleich, gleich Hackfleisch. Alter, da sind wir noch mehr. Aber... Ich werde nicht Resistenz dagegen. Aber die Kanova brennt. Wow, der hat sogar eine Elke-Nextradimation dafür. Ist ja schon nice. Dankeschön. Achso. Kann ich natürlich nicht aufnehmen. Gegenweil hat man über 100. Sozusagen auch von 1.000. Danke. Äh, hier ist noch was. Ich sehe schon wieder hoffentliche Kartons hier so aussehen, als wenn wir dafür gedacht sind, dass man da auch komplett abfällt. Das ist ja auch schon wieder. Oh, das ist die rote Karte. Da. Genau da. Das da... Der rote Punkt... Äh, der rote Punkt, klar. Der blinkende rote Punkt ist also kein Pixelfehler, sondern Teil der Map. Äh, war das jetzt hier überspringen, wenn ich sinnvolle? Ich weiß nicht. Nein. Boah, Alter, ist doch Bullshit. Gibt hier was, oder? Nein, hier gibt es nichts. Habe ich nicht weiter? Nee, ne? Doch, habe ich. Ja, komm, komm, komm. Alter. Da. Boah, Alter, ich hab... Irgendwie kann ich... Wenn ich geladen habe, kann ich danach nicht mehr springen. Ist doch bescheuert, ist das doch. Ah, ich glaub's nicht. Nein, das geht's nicht. Das ist doch unfair. Was soll denn der Scheiß? Und der war doch im Land immer ewig. Geht doch. Alter, wird das jetzt über jeden Punkt so, oder was? Ah, ah, ah. Ah, ich glaub es nicht. Ich glaub es einfach nicht. Herr im Himmel, schick mir du. Aus der Hölle. Weil du im Hölle... Ich schick gleich meine Mutter, meine Mutter. Sorry, Leute. Aber es gibt halt einfach Sachen, die sind mir zu blöd. Hallo, mach halt hin. Na, was ist ja jetzt schon wieder los? Ah, hallo, hallo. Also an dem Springsystem und an dem Duxsystem. Ich will jetzt noch ein bisschen arbeiten. Das wirkt noch unausgereift. Oder ich bin einfach zu dumm dafür. Wahrscheinlich Zweiteres. So. Hier habe ich jetzt alles. Ähm, ähm, dich. Ja, wo denn? Bin ich jetzt behindert? Achtung. Boah, ich habe einen einzigen bekommen. Na ja. Dankeschön. So bekomme ich ja nur einen einzigen. Pro Leiche. Ist auch egal. Na, sehr ehrlich. Tut jetzt nicht versachen. So, jetzt muss ich den Händen drauf. Auch wenn ich mich wieder klettern. Auf dem anderen. Okay. Okay. Wenn der verkackt, dann war's. Okay. Der war gerade von mir aus verkackt. Von daher versuche ich das nochmal. Okay. Sprechern wir mal. Aha. Ah, der war wesentlich einfacher. So, jetzt haben wir die rote, gelbe und blaue. Wir haben also alle. Habt ihr gehört? Ich hab's ja alle gemacht. Ah, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Oh, alter, 17 Meter pro Sekunde. Was ist denn hier los? Ah. Scheiß Laternen, die hat nie erfunden. Die gehören weggesperrt und weggeputtelt. Und nie wieder aufgegraben. Können später welche Archäologen machen. So, da geht's rein. Oh, wow. Gewalt ist keine Lösung. Würde ich nur gedacht haben. Da kommt man nicht rauf. Hier kommt man auch nicht rauf. Ah, super, da kommt man noch die LKW drauf. Alter, ich geh gleich in den Dauerflieg-Modus. Ist ja hier deprimierend. Oh, da muss ich auch die Autos drauf. Sprungbrett in die Hölle. Nee, auch nicht. Was? Ha? Ich hab den Dinger jetzt gerade 200 Schaden bekommen, wo ich drauf rumgelaufen bin. Tatsächlich. Die Dinger kriegen Schaden, wo man drauf rumläuft. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll ich denn hier aufs Hütter raufkommen? Alter, wer erfindet denn so eine Scheiße? Okay, Leute, wie gesagt. Also, es gibt manche Sachen, die sind mir echt ein bisschen zu hoch. Ah. Oh. Oh, danke schön. Wow, wie gut ich einfach mal springen kann. Hätte ich nie gedacht. Ah. Ah, ist das wieder. Okay. Okay. Äh. Oh. Oh. Oh, das ist ja gut. Hallo. Wartet hier, ob es irgendjemanden gibt? Wartet hier, ob es irgendjemanden gibt, oder ob es irgendjemanden gibt, oder ob es irgendjemanden gibt. Wartet hier, ob es irgendjemanden gibt, oder ob es irgendjemanden gibt, oder ob es irgendjemanden gibt. Nein! Warum? Warum? Nein! Da! Kuss! Äh... Na komm, nein. Das ist nix. Einfach nein. Nein! Das ist doch nicht normal hier. Riecht mich echt so dumm an, oder ist das Spiel einfach nur so dumm? Ich kann's mir echt nicht erklären. Na komm, mach! Na komm! Na komm! Na komm! Meine Hund bildt schon wieder rum. Dann will ich jetzt mal lang rauchen und hoffen, dass ich dann meine Fieser nicht aktiviere. ich mache erstmal den da sind ja zwei machen man da wird nichts das wird alles nichts wo ist die tür da da war gar nicht mal so schlecht so jetzt muss ich zu dem hier wechseln und damit diese bei den vitalienten erledigen da ist ja auch noch einer so so jetzt würde ich mir davon diese plasmatinger und zwar ohne hoch zu springen weil das nicht so okay ich weiß nicht ob die autos lang bringen könnte okay wenn die autos schaden bekommen wenn man drauf rumläuft weil ich habe noch nie ein auto gesehen hat die studiert ist wenn man auf dem dach drauf rumläuft klar man kriegt ein paar lackschäden vielleicht weil das dach durchknickt aber mehr als auch nicht das war's denn wahrscheinlich das auto von so einem berzides bernfahrern die denn gleich bei jedem kleinen ja das war falsch das wollte ich nicht ich wollte direkt rein zoomen das geht scheinbar nicht wieso lebt der noch ist er tot so hier kann man jetzt raus springen ne ja genau äh ich weiß jetzt schon dass wir runterfallen werden das war so logisch das war einfach sowas von logisch komm ganz ehrlich geht doch ganz ehrlich wenn ich jetzt nochmal gefällt werde ich auch einfach rüber geflogen kann doch nicht angeht dass man von von sachen überspringen muss ich springen kann da war wohl noch ein paar arzschwalz oder ja da sind noch ein paar arzschwalz polisch gemütlich ganz ehrlich oh falsch haben hätte ich mir denken können komm ich hätte schon gerne diese dinger das problem ist wenn ich mir die abschlage dann okay das funktioniert noch komm dankeschön perfekt genau das wollte ich übrigens auch vorhin machen aber wie gesagt wenn ich den mit der axt abschlage dann scheint irgendwie zu funktionieren denn äh sagt das ding nö pommes gibt es erst ab 8 oh die brauchen wir mal ein bisschen trof mit munition gibt es hier zufälligerweise irgendwo aber hier ist noch ein bisschen was hier ist noch ein bisschen was aber hallo dankeschön da auch noch sollt reichen sollt reichen sollt reichen dankeschön hier war ich bereit genau gut na dann das ist ein halfpack einmal kann ich auch runterspringen das macht Sinn äh falsche Seite ok ok hier muss ich hin ok ok speichern dass ich noch nicht wieder runterfallen werde oh geschafft was ist das da egal komm reichen okidoki dann rollen wir mal bam bam hmm ha ha euer leben war sinnlos die war nicht so kann man hier runter und das ist überall texturen hier waren ja zwei aus dem ort wo sich zum gefilter haben ich gehe mal hier und da und auf morgen landet nein egal so ich kann jetzt das mit der spinne was lag denn hier noch auf den türen ich weiß was von raketen ach so nur raketen ok gut das macht die entscheidung welche waffe ich nutze einfach oh aber da wurde es da Alter, wo hängt denn hier fest? Da denkt man, man läuft auf dem Wasser und dabei läuft man oft gleiten. Noch einmal! Jawoll! Das war gut. So, dann wollen wir mal. Bedienung, verdämbare Bequale. Okay, okay, das haben wir. Gut gemacht. Äh, jetzt gehe ich den noch auf. Und halt die Klappe. So! Aha, aha. Okay, gut. So, da haben wir. Weitern wir mal sicherheitshalber. Und dann gehen wir einfach mal straight through ins Ziel. Gehen halt draußen, überlassen wir mal das Feld. Oh, da sind die Munition hier. Geht's auch noch bis ohne? Ne, ne? Nö. Okay, okay, das war das Level. Da würde ich mal sagen, zum nächsten Mal. Wenn wir uns dann, ja, den nächsten Map wiedersehen. Na komm, komm, mach. Perfekt, ähm, ja. So. Das war Level 14, äh, Level 13. Und wir sehen uns dann zu Level 14 wieder. Ciao mit V.